Es ist schon wieder Montag, hier ist der Flashback, YouTube News mit Mr. Trashnot. Daumen hoch, abonniert, wenn ihr Volk habt, das war das Intro und jetzt kommt WhatsApp. Was geht ab, Freunde des Netzes, willkommen zu einer neuen WhatsApp-Ausgabe. Vor kurzem hat Taddle ein Video rausgehauen, in dem er erzählt hat, wie viel YouTube-Money er gemacht hat, im Jahr 2014, zu seiner absoluten Hype-Zeit. Und das war tatsächlich eine ganze Menge. Zwischen 10.000 und 15.000 Euro hat er damals verdient, pro Monat. Und das natürlich ohne die ganzen Werbedeals und ohne Merchandise. Aber auch vor Steuern. Ich hab so in der YouTube-Hype-Phase 2014, wo ich so jeden Tag zwei Let's Play-Videos hochgeladen hab, so jedes Video 300.000 Aufrufe. Zu der Zeit hab ich so nur mit YouTube, jetzt fernab von Merch und fernab von allem drumherum, 10.000 bis 15.000 Euro im Monat verdient. Das war eine einfache Zeit auf jeden Fall. Nach eigener Aussage von Taddle musste er davon nochmal 40 bis 45 Prozent abziehen. Und geblieben ist dann immer noch ein ziemlicher Haufen Geld. Er ist dann allerdings auch nochmal auf die negativen Aspekte zu sprechen gekommen. Er war sehr jung, hat sehr viel Geld verdient und ist damit nicht immer so gut umgegangen. Zu der Zeit vor allem war ich halt auch noch im Kopf ein kleinerer Scheißer. Ich sag's wie es ist, in so jungen Jahren so viel Kohle jeden Monat überwiesen zu bekommen. Ist nice, aber hat auch so seine negativen Aspekte. Ich denke mir so, wenn ich heute so viel Geld verdienen würde, ich hätte so cool damit investieren können. Ich meine, im Endeffekt hab ich cool investiert. Ich hab die ersten Musikvideos, die wir für DadAdam gedreht haben und so, das haben wir halt aus eigener Tasche finanziert. Hauptsächlich von meinem angesammelten YouTube-Geld. Aber was ich meine ist, wenn ich mich jetzt so umschaue, was so die anderen Leute gemacht haben, die ich aus der YouTube-Phase noch kenne, die haben einfach Immobilien gekauft und investiert oder dies gemacht und das und ich, keine Ahnung, man. Hab Musikvideos bezahlt. Mit seiner Musik jetzt macht er zwar deutlich weniger Geld, ihm geht's aber immer noch ziemlich gut. Das volle Video von Taddle findet ihr selbstverständlich verlinkt unten in der Videobeschreibung. Und denkt dran, gebt diesem Video einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Die meisten haben es sicherlich mitbekommen, der Kanal von ApoRed war ja vor ein paar Tagen noch komplett weg. Jetzt ist er allerdings wieder da. Aber auf dem Kanal gibt es nun absolut keine Videos mehr. Schon vor einiger Zeit hat ApoRed ja all seine Videos runtergenommen, außer die Musikvideos. Und auch die fehlen nun. Vieles ist ja davon ausgegangen, dass ApoRed den Kanal gelöscht hat. Dem war allerdings nicht so. Er hat den Kanal nur deaktiviert und damit quasi auf privat gestellt. Von ApoRed selbst gibt's ja immer noch kein Statement, warum das Ganze passiert ist und ob die Musikvideos zum Beispiel bald wieder zurückkommen. Red hat ja aber noch einen Gaming-Kanal, der sehr gut läuft, wo er viele Fortnite-Videos macht. Und es ist Unglaubliches passiert. Ich sitze gerade im Schnitt zum neuen Video. Und was passiert? ApoRed lädt auf seinen Kanal ein neues Video hoch. Allerdings nicht auf dem Kanal, wo ich gerade drüber gesprochen habe. Seinen originalen ApoRed-Kanal mit über zwei Millionen Abonnenten. Sondern auf einem neuen ApoRed-Kanal. Und ohne Witz, ich hab das nur gesehen, weil ich gerade auf seinen Fortnite-Kanal gegangen bin, um einen Screenshot von seinem Kanal zu machen. Der ApoRed-Kanal ist nun also wieder da, aber ApoRed hat sich auch noch dazu entschlossen, einen neuen Kanal aufzumachen, bei dem man übrigens nun auch noch nicht die Abos sehen kann. Hat er wahrscheinlich deaktiviert. Eine genaue Begründung hat ApoRed ja, wie gesagt, immer noch nicht rausgehauen. Jetzt allerdings habe ich eine große Vermutung. Es ist aber wirklich erst einmal nur eine Vermutung. ApoRed ist ja ein ziemlich kontroverser deutscher YouTuber, der nicht wirklich werbefreundlich war in der Vergangenheit. Zumindest sehr oft nicht. Es könnte also gut sein, dass YouTube ihm die gesamte Monetarisierung gesperrt hat und er deswegen mit dem ApoRed-Kanal kein Geld mehr verdient. Ergo muss er sich etwas Neues einfallen lassen, um wieder Geld zu verdienen auf dem ApoRed-Kanal. Und da bietet es sich natürlich an, einen neuen Kanal aufzumachen. Und die Abos und die View-Grenze sollte er direkt erreichen. Von daher ist es möglich, dass er bald einen neuen Kanal hat, womit er Werbung schalten kann, wenn diese Vermutung stimmen sollte. Es könnte aber natürlich auch sein, selbst wenn das tatsächlich sein Plan sein sollte, dass YouTube, wenn sie den Channel reviewen, um ihn für die Monetarisierung freizugeben, es trotzdem nicht machen, weil sie ApoRed ja schon kennen und auch wissen, dass er eben einer der kontroversen deutschen YouTuber ist. Was meint ihr? Könnt ihr das stimmen? Ich meine, ApoRed hat ja schon mal in einem Video darüber geredet, dass er ja werbefreundlich sei, wobei jeder irgendwie meinte, nee, Digi, eigentlich nicht. Meinungen und Gedanken unbedingt unten rein in die Comments. Vielen Dank fürs Dabeisein, Daumen nach oben abonnieren und beim nächsten Video wieder reinschauen. Bis dahin, Peace and out.